Hallo Leute und herzlich willkommen zu MCDP 1 Folge 2. Wir leben noch, mit dabei ist SDM X8. Moin Moin, alles geht gut, schritt? Genau, ich würde sagen wir gehen direkt drauf, oder? Ja, kann ich an. 3, 2, 1. Okay. Mach mir. Okay, nice. Ähm, ja, ja, ich habe noch Schutzzeit. Okay, so. Nice. Okay, wir gehen direkt runter. Grab du da mal weiter. Oh ja, ich auch. Oh nee. Alles okay. Oh ja, Moin. Okay, nice, warte mal. Äh, ich habe aber, ich, ich, gut, ich mache hier beim Lava, mache ich mal die Öfen. Oh. Oh, Creeper. Alter, pass auf. Ja, ja, alles gut. Alter. Okay, ich mache hier die Öfen und den Crafting hin, weil ich muss, ich muss essen. Sonst freige ich hier. Ey, mit dem Essen machen, mit dem Nein zu machen. Okay. Äh, ich gucke mal kurz wegen Kohle. Ich habe so Angst. Ich habe in der letzten Zeit noch Kohle gefahren. Achso. Komm zu mir, komm zu mir hoch, komm zu mir hoch. Das sind wir ein bisschen safe. Da können wir die... Ja, komm doch hier zum Lava, weil da habe ich jetzt die Öfen aufgestellt. Ja, gut, okay, ich gucke es dir. Hier nehmen wir noch Kohle. Achso, ja. Ja, warte, ich nehme da auch noch ein bisschen mit. Kohle kann man nie wirklich genug haben. Wir brauchen noch die Ängsten rein. Ängsten zu selten. Okay. Warte mal, ich mache mir jetzt auch nochmal... Ey, ich habe nur ein Steinschwert, aber ich glaube, ich mache mir erst wieder ein Eisenschwert. Nein, 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 ein Steinschwert reicht schon. Mach auch das Eisen. Wie noch? Oh, hier hat es Eisen, ja. Ich würde zuerst gucken, dass wir Full Iron sind, oder? Danach ist auch Full Diagen. Aber brauchen wir noch was da hinten ab? Die geben noch Pfeile aus dem... Ah, stimmt, genau, für die Pfeile, ja. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig sogar. Warte mal kurz, ich muss kurz gucken bei der Aufnahme. Ja, läuft, okay. Leute, wieso habe ich denn eine Schaufel? Okay, ich baue das mal ab. Guckst du ein bisschen für Eisen und so weiter? Es hat noch ein bisschen mehr Eisen, mehr Eisen, aber ich habe noch ein bisschen mehr Eisen abgedacht, ne? Okay, ja, nice. Auf jeden Fall, das sitzt alles gut. Also, ich höre jetzt Zombies. Also, wie viel Kies das hier hat, das ist ja... Ja, okay, warte, ich habe jetzt... Ey, ich habe gleich ein Stack Kies. Also, komm zu mir mit, wir haben ein Hirnproblem. Was haben wir für ein Problem? Hier unten. Also, hier unten ist ein Creeper. Äh, wo bist du denn hin? Hier, 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 wenn, wenn da ist sie. Okay, warte mal, ich... Also, eine Spinne... Ich habe da Angst, ich baue das lieber zu, nicht, dass wir hier noch verrecken. Oh Gott. So, ja. Oh Gott, ich werfe... Oh, oh. Achtung, Skelett, Skelett und, äh, Creeper. Ähm. Alter, oh Gott, pass auf, ne? Nicht, dass du stirbst. Äh, ich mache noch kurz Fackeln, weil, äh... Ah, warte mal, ich glaube, ich habe auch die Brightness noch... Oh, Digga. Bin so langsam gerade. Und jetzt noch den Creeper, noch den Creeper. Ah, okay. Jo. Pass auf, ne? Ich will nicht, dass du hier weg stirbst. Okay, jetzt auch noch hoch. Ähm. Ah, jetzt, okay. Das Spiel hat bei mir gerade ein bisschen geleckt, aber es ist kein Problem. Oh, Gold, 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 Gold. Oh, Gold, hast du eine Eisenspitzhacke? Oh, was ist das? Creeper, Creeper, Creeper. Ach, ne, Junge, die... Ach. Wirst du bei mir? Ich bin Oberdir, ja. Weil ich komme runter. Ja, oh, nice, okay. Äh, erstmal Eisen mitnehmen hier, kurz. Kannst du Ladsomit? Blablabla. Blablabla. Geben. Geben. Willst du eine Eisenspitzhacke kurz machen? Zurückgehen und eine Eisenspitzhacke machen? Äh, hier, warte, kann ich gleich. Also hier ist, glaube ich, wirklich gut. Alter, auch Gold. Nice. Hast du einen Apfel? Weil ich hab mal einen gegessen. Ich... Hau keinen Apfel mehr. Ja, egal, wir können später noch Bäume farmen. Wie Äpfel. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Ich denke, das ist gar nicht... Okay, äh, ich geh mal zurück und mach kurz ne Eisenspitzhacke. Aber dann, äh, in der nächsten Folge würde ich gerne von hier weg, weil... Als ob... Als ob... Wo, wo, wo? Komm hier, mach ne Eisenspitzhacke schnell. Hä, wo? Ja, yes! Let's go! Mach nen Screenshot, mach nen Screenshot und schick das, äh, Nils und Marvin. Als ob schon dir... Oh, oh, ein Creeper. Ähm. Ich hab nur nen Holzschwert, ne? Ich hab Angst, dass der jetzt rumleckt. Ah, ist tot. Alter, hab ich den... Ich hab den richtig gefickt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieb. Alles. Ey, alles... Oh! Was los? Alter, oh mein Gott. Da stand ein Creeper oben und ich hab ihn nicht gesehen. Ich bin reingelaufen. Aber es ist nix passiert. Alles gut. Ey, diese Creeper. Ich hasse Creeper. Können wir die bitte rauspatchen? Ist gut, ich nehm die Öfen mit und so. Ach, Mann, ich hör hier schon wieder Monster. Ich hab schon wieder Panik, ey. Ähm, Crafting. Achso, jetzt. Ähm, oh lol, ich hab ja Essen. Okay, noch mehr. Nice. Okay, ähm... Ich würde dann auch relativ bald dann einen Wassereimer machen, damit wir hier... Oh, Leute, da ist jemand voran. Alter, geil. Okay, warte. Hier direkt bei den Dias, oder? Machen wir unser Lager. Wow, wow, wow. Ah, das bist du, Alter. Okay, warte, so. Soll ich sie abbauen, oder willst du... Er hat... Okay. Die Ehre. Die ist... Junge, ich bin so struggle. Okay. Einer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Nice. Sechs, Alter. Das ist gut. Äh, ich hätte gesagt, wir machen danach direkt ein, ähm... Oh, oh. Erstmal eine Diamantspitzsacke und dann auch einen... Dings. Einen, ähm... Zaubertisch. Dann können wir unser Eisenzeug verzaubern. Aber erst mal Eisen fahren, würde ich sagen, oder? Danke. Zu grün habe ich stehen. Ich habe jetzt über viel... Ich habe jetzt über eins Dekore. Nice. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Äh, ich mache mir noch kurz ein Eisenschwert. Warte, ich mache dir auch eins. So. Ah, jetzt habe ich es weiter hier. Okay, ich muss auch mal kurz mein Inventar so ein bisschen ordnen. Hast du das Gonten genommen? Äh, nee, das habe ich... Ich habe noch nichts abgebaut eigentlich. Ey, ich habe... Was? Leute, warum auch immer, die Aufnahme ist abgebrochen. Aber es kam ein Problem. Wir haben... Äh, es ist nix viel passiert. Das Einzige... Wir haben jetzt hier nochmal Didriacs gefunden. Also eigentlich schon viel passiert. Es sind... Ihr seht es oben an der Zeit. Es ist zum Glück nicht lange. Ähm... Okay. Och, man... Wieso stürzt denn OBS ab? Weil ich verstehe es halt auch nicht. Das ist so dumm. Wieso bauen wir diese Dias ab? Wir könnten die dann mit einer Glücksspitze abbauen. Egal, komm, scheiß drauf. Dias sind Dias. Ähm... Okay, genau, Leute. Brauchen wir noch kurz das Reston ab, wenn es gibt DP. Weil XP müssen wir auch schon jetzt farmen. Dann, ähm... Eisen vor allem... Bin ich jetzt wichtiger als Dias. Weil wir brauchen eine Rüstung. Weil sonst sind wir so schnell tot von Mobs. Ähm... Hast du gerade Schaden bekommen? Na, wir sind die Eizung. Ey, was machst du denn? Pass auf. Ja, okay. Nach kurz... Ich habe hier so Angst, ey. Ich mache mir kurz ein Wasser einmal. Weil hier das Lava ist. Sonst fallen wir da noch tausendmal rein. So. Zack. Okay, da hat es ja auch schon Wasser. Das passt, ja? Oh Gott, oh Gott. Oh. Ey, ich bin... So schreckhaft. Weil ich will halt nicht sterben, ey. Ich muss jetzt zurück. Ich muss jetzt zurück. Die kommen alle. Was, was, was? Das ist alles gut. Alles gut. Oh, oh, das ist ein Skelett, Alter. Was? Kann man eigentlich blocken, wenn man das Schwert so hält? Gibt das denn auch trotzdem Schaden? Ah, nee, okay, bringt nichts. Toll. Warte, warte, hier kurz. Zack, 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 zack. Boah. Okay. Das Skelett ist tot. Okay. Lape, lazuli. Oder lazuli. Oder lazuli. Oder das Skelett. Ja, okay. Alter, was ist das überhaupt für ein riesiger Lava sehe ich hier? Okay, ich habe hier so ein bisschen abgelöschen. Gelöscht? Was? Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen, äh, äh, was? Ding hier unten noch bauen. Äh, leichtes, äh, gold. Ah, Obsidian. Ach so. Obsidian ist gut, so. Ich brauche mir, ja. Ja, stimmt. Ja, okay, warte, ich mache das gleich. Aber für das haben wir jetzt genug Dias. Okay. Also, wir haben 20 Dias. Jetzt noch 17. Machen wir erst Schwerter oder zuerst Rüstung? Zuerst Rüstung, oder? Das ist, glaube ich, besser. Geil, das ist... E-Kiste, das ist ja richtig geil gemacht. Was? E-Kiste erstellt. Ja, ich habe eine Zielkiste erstellt. Oh, echt geht das? Oh, nice. Ja. Obsidian, wollen wir jetzt machen? Können wir nur kurz eine Rüstung machen, bis alles anfangen? Ich würde, ja, machen eine Eisenrüstung. Zuerst Postplatten und, und Hosen, die geben mehr Schutz. Ah, ja, ich habe jetzt zwei Schuhe gemacht. Ja, geil, ist, ist auch gut. Dann haben wir die schon. Warte mal, wie viel? Ach, nee. A3, ich muss vor allem Blut. Wir können uns... Ah, wir brauchen noch ein Buch. Hast du Leder? Ja, gut, wir können sowieso noch nicht verzaubern. Wir brauchen sowieso zuerst noch Bücher. Ja, Bücher können wir machen. Ich habe ja... Ja, eben nicht auch, dann das passt. Aber wir brauchen eben auch Leder. Und Leder haben wir, glaube ich, nicht wirklich. So hast du hier Cobblestone gebaut. Naja, geil. Okay. Hast du da noch Eisen drin? Ja, warte, ich kann dir da meins auch noch geben. Warte, ich kann eine Brustplatte machen und einen Helm. Mach die Spiecher. Was? Mach die Spiecher. Äh, mit einem Leder und dreimal Papier. Oh, Leder. Okay, alles mal rein. Loll, ich hab'n Bogen. Nice. Geil. Ähm. Ich mach dir noch kurz ne Brustplatte. Ne, die Schuhe hast du mir noch nicht gegeben. So, hier hast du ne Brustplatte. Ich hab' mir einen Helm gemacht. Oh, nice. Okay, dann brauchen wir jetzt beide nur noch Hosen. Ah, die Schuhe sind da drin. Ne, wo sind die Schuhe? Ah, du hast... Ah, okay, warte, ich hab's in den. Oh, nice. Alter, Full Iron. Oh, geil. In der ersten Folge. Äh, in der zweiten. Okay, warte, aber wir werden gleich gekickt. Äh, du darfst nicht springen, währenddessen wir kicken, weil sonst könntest dich durch die Welt schleudern. Das ist nicht so praktisch. Erstmal ausleuchten, sonst spawnen hier noch Mobs. Wie lange haben wir noch? Ja, noch paar Sekunden. Nicht mehr lange. Warte, ich baue noch kurz das Eisen ab und dann komm' ich runter und dann... Du hast das glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, ob wir ne Message bekommen. Ne, bekommen die. So, was hast du gesagt? Ach, ist runter. Okay, noch 10 Sekunden. So, wir sind... Achso, ja, warte, wir müssen wieder verlassen, weil ich am Mim bin. Okay, disconnecten. So. Okay, das war's mit dieser Folge MCDP 1. Wir haben extreme Erfolge gemacht. Wir haben Dias gefunden. Alter, ist das geil. Okay, schaut unbedingt bei SDMX 8 vorbei. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's. Mit dieser Folge MCDP, hab ich schon gesagt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Wo ist mein ganzes, ah doch, oh Gott. Also, ich hab gerade mein Gold, äh, mein Holz nicht mehr gefunden. Ich dachte gerade. Scheiße. Okay.